Ich hatte ihn ja vorhin schon angekündigt, wir haben auch Eigenkompositionen mitgebracht und da kommen wir jetzt zur ersten Eigenkomposition von dem lieben und netten Kollegen, der von Ihnen ausgesehen rechts neben mir sitzt mit Flügelhörn und Trompete. Er hat eine schöne Polka komponiert und man kann sozusagen sagen, die Person, der die Polka gewidmet ist, die ist heute Abend auch mit dabei, die Nele Sophie, die jetzt hier gerade rausschaut aus dem Saal hier vorne, ihr Papa, ihr Papa Thorsten hat zu ihrer Geburt die Polka geschrieben und hat sie ganz einfach so benannt, wie sie auch heißt, nämlich er hat die Polka genannt für Nele Sophie und jetzt kommt dieses Stück für Nele Sophie, für Sie, liebe Gäste, Thorsten Weißkammel für Nele Sophie. Viel Spaß! Musik 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 Danke schön.